Der ist wirklich, der regt mich ein bisschen auf, Alter. Ich hoffe, der ist nicht mein Landsmann, Alter. Ich verstehe nicht, was seine Motivation ist, Bruder. Ich bin gläubiger Christ und Bantu. Oh, Mann. Er hat es direkt vorweggenommen, Mann. Er ist Bantu. Okay. Ich bin, ich weiß nicht, was seine Mission ist, ja? Ich habe ihn noch nicht so verfolgt, seine AfD-Reden. Aber okay, wir gucken uns das mal an. Und leider hat die Menschheit aus der Vergangenheit nichts gelernt. Es kam doch ein Messias, der Liebe predigen wollte, der durch Vorurteile und Sachen, die er nie gesagt hat, gekreuzigt wurde. Und danach war das Geheule groß. Und leider Gottes haben die Menschen bis heute nichts daraus gelernt. Ich möchte erst mal einige Vorurteile aus dem Weg räumen. Einigen werden sich vielleicht wundern, warum ich so gut Deutsch spreche. Ja, weil ich mich angestrengt habe. Das ist schon mal das Erste. Das Zweite ist, ich bin kein AfD-Mitglied, was auch viele Vorurteile behaupten. Weil das ist für mich wichtig, das auszusprechen. Weil es gibt ja so Menschen, die Vorurteile behaftet sind, die dann, wenn die ein People of Color, wie das ja mittlerweile politisch korrekt nennen soll, ich finde es beschissen, aber egal, ich nenne mich lieber Afrikaner oder Dunkelhäutiger. Er sagt, ich bin kein Afrikaner, dann komme ich aus dem Mond, auch in Ordnung. Warum sage ich das? Ich bin hier, um zu versuchen, mit meiner Wenigkeit und meinen Möglichkeiten als Aktivist und Influencer die Bogen zu glätten. Okay? Ich möchte euch erst mal etwas zeigen, bevor ich weitermache. Das ist nämlich sehr, sehr wichtig. Es gibt Menschen, die sind damit... Jetzt zeigt er den deutschen Pass, oder was? Der Bruder wird eskalieren, wenn er jetzt den deutschen Pass rausholt auf AfD-Dings und einfach sagt, ich bin kein AfD-Mitglied. Stell dir vor, der schießt jetzt einfach gegen AfD. Boah, Alter, der hat Eier, ja. Wenn er so macht, ich feiere den. Ich weiß nicht, was seine Mission ist. Also bis hierhin hört sich ja alles nur gut an, Mann. Ich weiß nicht, warum er mir geschickt wird, die ganze Zeit. So, der ist ein Bantu. Also er ist ein Bruder von mir, ja. Aber wir werden auch sehen. Weil Brüder kann man sich auch nicht immer aussuchen. Brüder kann man sich nicht aussuchen, Mann. Aber wir hören jetzt erst mal rein. Komm. Ich möchte euch erst mal etwas zeigen, bevor ich weitermache. Das ist nämlich sehr, sehr wichtig. Es gibt Menschen, die sind damit geboren. Es gibt Menschen, die mussten alles daran tun, um es überhaupt zu bekommen. Um in diesem Land arbeiten zu dürfen. Der deutsche Pass, Alter. Ich sag dir, der holt ihn raus. Warte, ich muss ihn. Eiskalt, Bruder. Er holt den raus, Alter. Der deutsche Pass, Bruder. Der deutsche Pass. Ich fange gleich an zu heulen, ich schwöre. 30 Jahre hier kein deutscher Pass, Alter. Radikal. Um in diesem Land studieren zu dürfen, um in diesem Land eine Ausbildung machen zu dürfen und in diesem Land wählen zu dürfen. Das kennt ihr alle. Das ist mein Personalausweis. Jetzt werden die alle denken, was will der sogenannte schwarze Nazi uns denn damit sagen? Diejenigen von euch, die als Deutsche geboren wurden, mussten sich nie beweisen, um dazuzugehören. Was bedeutet das? Was bedeutet das? Es gibt erstmal eine Art Duldung und dann einen unbefristeten Aufenthaltserlaubnis. Und wenn du dann alles richtig gemacht hast, weder kriminell geworden bist oder die Regeln des Gastlandes gebrochen hast, dann konntest du nach fünf, sechs, sieben Jahren einen Antrag auf die deutsche Staatsangehörigkeit beantragen. Und genau das habe ich getan. Aber eine Sache, die ich weiß, die viele Deutsche nicht wissen, es gibt so eine Art, wie nennt man das? Ist die Geschichte wahr oder gelohnt? Einbürgerungsfeier. Das ist die brennende Frage. Also erstmal musst du einen Antrag stellen, du musst ein bisschen was dafür bezahlen. Und dann bekommst du gesagt, ja Herr Menga, es kann funktionieren. Oder nein Herr Menga, weil sie haben sich da und da strafbar gemacht und so weiter. Ich bekam eine positive Nachricht. Und jetzt kommt das Aller, Allerwichtigste. Das Allerwichtigste. Ich musste ein Eid schwören, bevor ich die deutsche Nationalität bekommen habe. Und dieser Eid sagte aus, dass ich schwöre, alles Negative von Deutschland abzuwenden. Versteht ihr, was das bedeutet? Alles Negative von Deutschland abzuwenden. Also, habe ich meinen Pass bekommen. Aber eine noch viel wichtigere Sache und dann komme ich zum Thema. Gleich werden wir ein bisschen schwitzen. Weil ich bin gut drauf heute. Ganz kurz, also ich kann nicht bei allem mitreden so, weil ich weiß nicht, was man da schwört und was man sagen muss. Aber bis hierhin kann man doch mit ihm mitgehen, oder? Also ich habe jetzt nichts irgendwie Verwerfliches hier gehört. Natürlich, das Bild sieht komisch aus so. Ein Schwarzer bei AfD auf der Bühne. Aber er hat gerade, glaube ich, schon gesagt, er ist kein AfD-Mitglied. Ich habe, nachdem ich meinen Pass bekommen habe und geschworen habe, habe ich die deutsche Verfassung, die deutsche Verfassung akzeptiert. Und das hat jeder von euch hier, auch die, die schreien Nazis raus. Diese Verfassung wurde warum ins Leben gerufen? Damit jeder weiß, wie die Bundesregierung oder unsere politischen Vertreter und auch die Bevölkerung möchte, dass Deutschland funktioniert. Man kann sich also auch verfassungswidrig verhalten. Dann kommt der Verfassungsschutz. Der ganz klar sagt, du, 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 diese Verfassung gilt für uns alle. Auch für die Migranten, die nach Deutschland gekommen sind, die gesagt haben, ich möchte hier gerne ansässig werden. Ich komme aus einem Krisengebiet. Und damit ist nicht nur Afrika gemeint. Da haben wir momentan auch die Ukraine. Wir haben Menschen aus der ganzen Welt, die nach einem besseren Leben auf der Suche sind und nach einem besseren Leben sogar ihr eigenes Leben in Gefahr bringen. Ich habe heute die Meldung gesehen, in Lampedusa sind tausend Migranten mit dem Boot angekommen. Wer jetzt von mir denkt, ich rufe dann Ausländer raus, der hat irgendwas nicht verstanden, nicht zugehört. Wie sollte ich denn, der selbst als Flüchtling nach Deutschland gekommen ist, anderen Menschen die Chance abstreiten, dieselbe Chancen zu bekommen wie ich? Ja, ganz ehrlich, Freunde, bis jetzt, ich feier den, Alter, ja, der sagt gute Sachen, Mann. Ich weiß nicht, warum ihr immer so negativ seid, ja? Mir wurde das Video geschickt und ich gucke mir das jetzt an, hier mit meiner Community. Das wird er im Video erwähnen. Wir sind gerade bei drei Minuten, das Video geht sieben Minuten, einfach angucken. Okay, wir gucken. Das Video geht sogar 17 Minuten, Bruder. Wir gucken. Oh, jetzt seid ihr alle ganz leise. Scheiße, ne? Jetzt seid ihr alle ganz leise. Ja, weil hier sitzt jemanden, der nicht vor Urteile behaftet ist. Und diejenigen, die immer wieder behaupten, ja, aber Herr Menger, wie können Sie denn bei der AfD reden? Sie lassen sich doch ausnutzen. Sie lassen sich doch vom Karren spannen. Sie sind doch der Quoten-Neger. Oh, Entschuldigung, darf man nicht mehr aussprechen. Aber für diejenigen, die es nicht wissen, Neger kommt von Negro. Negro bedeutet dunkelhäutig. So viel zur Bildung. Was möchte ich euch heute sagen? Nein? Okay, der hat sich halt sehr einfach gemacht. Das kommt wahrscheinlich daher, dies und das. Aber natürlich wurde das instrumentalisiert, um halt Menschen mit dunkler Haut, ja, schwarzen, schwarzafrikanern, vor allem zur Sklavenzeit, ja, Menschen entwürdigend, also den Menschsein, das abzuschlagen, okay, zu sagen, das sind nicht mal Menschen, das ist eine Rasse. Das sind keine Menschen, das sind auch keine Tiere, das ist sowas Eigenes, das sind einfach N-Worts. Verstehst du, was ich meine? Und das darf man halt nicht einfach mischen, okay. Also dieses N-Wort, das hat eine ganz bestimmte Wirkung darauf, Menschen zu entwürdigen, ja. Und quasi, ähm, ja, habe ich eigentlich schon gesagt, um sich nicht mal die Mühe machen zu müssen, ja, sich einen Namen von einem Schwarzen zu merken, einfach zu sagen, das ist ein N. Das ist so wie, das ist ein Hund. Weißt du, der Hund, dieser Hund da vorne, der Hund, weißt du? So, Name ist nicht wichtig. So, und, ähm, genau. Das ist halt das, warum das hier auf jeden Fall nicht so einfach genommen werden dürfte. Ja, Freunde, sollen wir das noch weiter gucken, hatte? Ich weiß nicht, ja. ...schwarzer, der nur tanzen kann, der nur singen kann, der nur schauspielern kann, sondern hier steht, Entschuldigung, ein Gebildeter. Und meine Ausbildung habe ich in Deutschland genossen. Warum? Meine Eltern haben unsere Heimat verlassen, um ihre Kinder eine bessere Chance für die Zukunft zu ermöglichen. Es läuft momentan einiges falsch in Deutschland. Und das will ich ganz klar aussprechen. Wir haben die Polizei hier. Danke, dass ihr da seid. So, auf den Punkt gebracht, Sugar. Was mich stört, ist, dass er das auf einer AfD-Bühne macht. Bisher sagt er was Gutes, aber es steht auf der falschen Bühne. Das Ding ist, wir müssen halt sagen, heutzutage, was ist die richtige Bühne für ihn? Da ist halt die Frage, ne? Wo wäre die richtige Bühne gewesen? Weil wenn er das jetzt auf eine Black Lives Matter-Veranstaltung macht, ja, da werden auch wieder Leute sagen, ach, diese Black Lives Matter-Bewegung, das ist von irgendwelchen Amerikanern, weißt du, ich meine, das ist irgendeine Agenda. Oder wenn er das jetzt auf irgendeiner anderen Bühne macht, da kriegt er diese Aufmerksamkeit wahrscheinlich nicht. Da hört man wahrscheinlich nicht seine Worte. Da, dass er genau da gerade steht, deswegen gucken wir uns das auch gerade an. Also, ich finde das sehr clever. So, weil es ist ja nicht wichtig, nur wie er aussieht oder wo er steht, sondern was er zu sagen hat, ist wichtig. Ja, das muss man einfach so sagen. Und bisher, was ich höre, finde ich sehr gut, sehr gut gewählte Worte. Und, ja, auch sehr verständlich. Natürlich, ich bin auf die Pointe gespannt, so, weil gerade baut er das Ganze auf. Und, ja, ich bin sehr gespannt, Mann. Aber ihr seid doch ein Beweis dafür, dass wir nicht in einer reellen Demokratie leben. Was will ich denn damit sagen? Wenn wir doch alle demokratisch miteinander umgehen würden, einander respektieren würden, dann bräuchte die Polizei nicht hier zu sein. Dann bräuchte die Polizei nicht, zwei Lager zu trennen, die andere politische Meinungen haben. Demokratie bedeutet Meinungsfreiheit. Das ist auch in unserer Verfassung Meinungsfreiheit. Und da will ich euch mal ein ganz krasses Beispiel nennen. Wenn ich in einer Kneipe reinlaufe, die voller Neonazi sein sollte, und die sagen zu mir ganz klar, Herr Mängel, falsche Tür, hier sind sie nicht willkommen, dann werde ich ihn fragen, warum denn nicht? Guck mal, anhand, was er jetzt sagt, verstehe ich auch, warum er auf dieser Bühne steht. Weil quasi er auf dieser Bühne trotzdem sagen kann, was er möchte und was seine Meinung ist. Okay? Und das ist ja auch wichtig für eine Demokratie, dass man immer noch die Meinungsfreiheit hat. Es wäre falsch, was ihr jetzt von ihm erwartet, dass er auf der AfD-Bühne steht und über AfD-Sachen redet und mit der AfD-Agenda konform ist. Aber er macht ja genau das Gegenteil. Er steht auf dieser AfD-Bühne und sagt aber, was seine Meinung ist. Und seine Meinung ist nicht unbedingt das, was die AfD ist. Und das zeigt halt einfach, dass er diesen demokratischen Weg eher sogar auf dieser Bühne gefunden hat. Weil nach eurem Wissen oder nach eurer Meinung dürfte er auf dieser Bühne sowas nicht sagen. Das heißt, der Fehler liegt nicht bei ihm, der Fehler liegt nicht bei der AfD-Bühne, der Fehler liegt bei eurer Perspektive, ja? Der liegt an eurer Sichtweise auf die Sache. Ihr seht den da auf der Bühne der AfD und habt direkt schon eins und eins zusammengerechnet und gesagt, das darf nicht sein. Das kann nicht sein, ein Schwarz auf der AfD-Bühne, ja? Aber er sagt gute Sachen. Also, entweder ihr seid falsch, ne? Weil ich sehe nicht, dass er falsch ist. Ich sehe, er hat diese Bühne genutzt, als eine Plattform, seine Sachen zu sagen. So, und wenn das Demokratie ist, dass man, egal wo, seine Meinung sagen darf, dann ist es Demokratie, Bruder. Es wäre nicht korrekt, wenn jetzt AfD sagt, ey, wer hier auf die Bühne kommt, muss einfach das sagen, was wir die ganze Zeit schon predigen und was die ganzen, wie die auch heißen, Alice Weidel und wer auch immer, auch ganz Zeit sagen. Das ist Demokratie, was er hier gerade zeigt, ja? Er geht auf eine Bühne, die eigentlich nicht für, die augenscheinlich, ja, nicht für seine Meinung steht, aber er sagt seine Meinung. Also, wer noch was dazu sagen möchte, gerne in die Kommentare, schreibt gerne auch eure Meinung. Wir haben hier auch Demokratie. Aber zu sagen, dass er auf der falschen Bühne steht, mit seinen Sachen, die er sagen möchte, es gibt keine falsche Bühne, Bruder. Es gibt nur die falsche Einstellung, die falschen, ja, die falschen Einstellungen, Bruder. Meine Meinung, ja. Aber ich finde hier seine Position, seine Einstellung sehr gut und sehr richtig. Und, ja, von mir aus, wir müssen das gar nicht weitergucken. Wir haben eine andere politische Auffassung. Wir möchten sie hier gar nicht haben. Was würde ein Antidemokrat tun? Scheiß Nazi, raus! Verbrennt sie alle! Adolf Hitler wünscht euch wieder zurück! Und am besten zurückgehen, Stein schmeißen, damit die Polizei dann kommt. Das ist ein undemokratisches Verhalten und unserer Verfassung nicht würdig. Was würde ein Demokrat machen? Ich würde eine Frage stellen. Ja, aber gibt es denn eine Möglichkeit, einen Konsens, wo wir miteinander kommunizieren? Ganz kurz, Freunde, ja. Ich finde, bis jetzt finde ich das überhaupt nicht schlecht, was er sagt. Und ich werde mir das sicher gerne auch privat noch zu Ende anschauen. Jeder kann sich das gerne angucken. So, ich weiß nicht. Ihr habt mir das geschickt. Ich finde das natürlich das Bild so. Er ist bei der AfD hier auf der Bühne, aber er hat von vornherein klargestellt, er gehört nicht zur AfD. Er hat hier klargestellt, er will einfach seine Meinung sagen und hat jetzt hier diese Bühne genutzt. So, das ist Demokratie. So, er muss nicht mit der AfD konform sein, um auf deren Bühne zu stehen. Also, ich verstehe das Problem nicht. Was ist ein Abo da, Bi? Freunde, ich habe euch angekündigt, sichert euch Anteile an dem Song Sahara. Der erscheint schon am 1.9. und ihr könnt euch natürlich nach wie vor Anteile an dem Song sichern, auch nachdem der Song released ist. Jetzt ist die ganze Ware heiß. Deswegen checkt auch die Benefits ab und sichert euch Anteile an dem Song Sahara. Lasst ein Abo da, Bi!